Ja Jawoll Leute Wieder eine schöne Kirsche auf Dropshot Oh Moin Leute, willkommen in einem neuen Video Ich bin heute mal nicht am Kanal, sondern an der wunderschönen Ruhr Das Wasser ist spiegelglatt Das ist morgens Schauen wir mal ob was geht Auf jeden Fall fange ich mal an Mit einem schönen Spinnerbait Gucken ob ich da einen Fisch aufgeweckt kriege Erster Ruhr Ja 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 Leute Ich hab jetzt mal Ich hab hier auf ein Swimbait gewechselt Gucken Vielleicht klappt er drin Ja 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 Leute ich hab irgendwas dran Ja Ich weiß aber nicht was das ist Ach ein ganz kleiner Babybarsch Leute Köder ist auch schon ab Leute da ist er Ne ganz kleiner Ja 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 Leute Es geht schon wieder los Ne Jetzt etwa Alles zugemüllt wieder hier am Spot Ne Was haben wir hier noch Was haben wir hier noch Ja 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 Und noch ein Teelicht Ein schönes Das gehört da auch rein ne Toll Ja Leute Schreibt mal ruhig in die Kommentare Ob eure Angelplätze Auch so aussehen manchmal Fürchterlich Ja Leute Spot gewechselt Jetzt habe ich mal hier So einen schönen Wobbler dran Der ist ungefähr 10 cm lang Läuft ungefähr Meter bis anderthalb Meter tief Schön goldig ist er Ja Da versuche ich jetzt noch mein Glück Mit Schön auf Hecht Ja Let's go Ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020